Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey. Ja, da mein Selfgame ja leider weg war, muss der Held vom Erdbeerfeld von vorne anfangen und das werde ich jetzt hier auch tun. Vielleicht wissen wir die Geschichte aus. Hey, Tommy! Ich denke, ich werde auch einfach weiter aufnehmen, quasi nochmal von vorne und das an die Playlist anhängen. Real tough guy. Can't even tell her you love her. I gotta get off this damn reservation. If she just come with me, it'd all be different. It'd all be... Listen to yourself. Who do you think you're kidding? Tommy! Get your ass out here! Doesn't anyone ever clean this place? So. Looks like Jen's running low on Ryan Redd. Tommy! Anissi? What are you doing here? I sense great change on the winds. I... Hattest du das nicht untertitel gehabt? Irgendwie... Ehhh... Ich meine schon, ne? Gamewatches. Und bin ich. Das war jetzt nein, Gott. Aber ich bin in keinem Englisch. Ich bin in keinem Englisch. Nein. Tommy, you cannot turn your back on your heritage any longer. It will give you strength. Strength? For what? To save yourself. To survive. Survive? What are you talking about, Anissa? Go home. My place is here, by your side. You will have need of me this night. Sure, whatever. Man, Jens let this place slide. Man, they need some new tunes in this thing. Who picks this stuff? What, me and you? Worst Indian Casino ever. What? To win? Eh, no. Ha, that's right. That's some shitty weather out there. I just got here. Slow night tonight, huh, sugar? Not since you two studs showed up. Hey, you sell any of that red engine shit? My wife loves that turquoise crap. This is a bar. We don't sell jewelry. Hey, maybe she's got something else for sale. Nothing either of you could afford. Drink up, boys. What's up, babe? Did you come in here for a drink? Or to dump your dirty tools on my nice, clean bar? Sorry, babe. Hey, cleans with rag. How about a couple more beers over here? Keep it coming, girl. Jin loves you, you know. She has a hell of a way of showing it. She is Cherokee. She is bound to this land. Asking her to leave is asking her to give up a part of her soul. But doesn't she want something better than this? To be among one's own people. To truly know where you belong. If there is something better in this life, I have not seen it. That's because you never left. The Aniwaya sensed the coming of the storm. Ani, what? Wolves. Something spooked them. So, did you think about what I said? Tommy, not this again. Come away with me. Just for a few days. Off the reservation. Why can't we just be together here? You know why. I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My job is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy. Just like you. You should be proud of that. Look, I know the tribe's important to you. It's just, it's never meant anything to me. Hey, Pocahontas. Let's have two more cold ones over here. Last call, boys. Already? Oh, hell no. That ain't right. It's time for you boys to leave. Have you been wagging that pretty little ass at us? I don't think so. Hands off. Tommy, do something. One little kiss. Where's the harm in that? Fuck off. Ooh. Where's that famous... Get some him, Doc. Don't touch her. All right then, chief. You want it? Come get it. Uh-uh. It's on now. It's on now. It's not a thing, right? 200 pieces here. Hold on, oh, on. Nice. Fire on here. Maybe I should. That's not what I meant. Did you have to? It's coming aliens. What the hell? What the hell? What the hell is going on right now? Yeah. We interrupt this program to activate the emergency alert system. Please stay tuned for important information. And we're just now getting word that several similar objects are being sighted in the skies over North America. Now this is the... I can't do it anymore. I can't do it anymore. There are certainly errors with copyright shit. Come be the reaper. Or so, right? What the hell is happening? Oh shit, man. Ich gehe die Pasta mit der X. Wir müssen hier rauskommen! Listen! Wir kommen, die ganze Leben zu vermitteln! Mein Vater! Ja! 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 mit der Protagonisten Spaß jetzt los oh shit Tommy! Jen! Grandfather! Tommy! I can't move! Neither can I! Where the hell are we? What's going on? What are they gonna do to us? I don't know, Jen. Stay calm. I'll get us out of here. Just give me a minute. What the fuck are those things? Great. Entflug from here, it's almost possible. Oh! Der Kopf ist ein Gestalt. Weil er sieht ziemlich menschlich aus hier, ne? Ist irgendwie schräg. Siegnetet? Teruki mir sich irgendwie wohl. Siegnetet ein Gott. Ich bin der Neuquah. Siegnetet ihr Leben. Siegnet. Jensegnet! Ich bin der Neuquah. Wenn es eine große Angst kommt, ist er nicht hier! ... So, auf geht's! Wir kennen unsere Freundin. Noch mal von vorne. Hellenviecher hier und so. Ich habe keine Orientierung, ich weiß nicht wo ich lang muss. Aber ich glaube, das war schon der richtige Weg, ne? Ja, weil da geht's nicht lang, das Ding guckt mich nur an. Erster Falldown, der Typ. Ja, ob man das mit Schlüsseln, wenn ich da länger drauf gucke? Oder kam da später etwas? Ich weiß es nicht. Was für Hölle? Vielleicht 2 auf 1 mal hier. Ist ja wohl nicht wahr. So, dann geh ich's hier so durch, ne? Irgendwie. Oh, mein Herz! Was zur Hölle ist dieses Ort? Dann gibt's ja hoffentlich gleich die erste Waffe bald. Das ist unmöglich! Das ist unmöglich! Das ist unmöglich! Das ist unmöglich! Oh, jetzt komme ich noch nicht hin! Das kommt, glaube ich, später. freunde noch von los jetzt komme ich und das feuerzeug machen mit der heftkaste nicht haben aber drei stück von diesen runde Tommy! Tommy! Help me! Jen! Ja, das stimmt nicht. Ich bin auf dem Krieg gezogen. Ich habe jetzt die Maschine stoppt. Aber du musst weitergehen. Die Hünder werden bald hier sein. Hm hm. Oh, wie hilft mir da? Er ist wohl abgeschaltet. Spiral. Ja, gut. Ich bin mal gespannt wie viele Folgen ich brauche um wieder dahin zu kommen wo ich zuletzt auch gehört hatte. Das starte ich lieber nicht. Na ja, gucken wir mal. Kampf ist safe. Okay. Jetzt gibt es hier richtig die Hunde. Jetzt seid ihr am Arsch. Das Spiel gegen den Gamer verliert. Ja. So. Ich glaube ich muss da runter. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich könnte das mal runter aus hier sehen. Es fühlt sich nur mit mich. So. Ja, ich muss hier runter. Gibt es wohl keinen Weg. Vom rum. Vom rum. Genau. Darum erinnere ich mich auch noch. Wenn ich das. Drei reinpacken. Und das schiefst. Dann kommen wir da unten. Ja. So. Dann haben wir das hier. Auseinanderzeuger. Finde ich mir mega an für ihn hier. Das finde ich mega an für ihn hier. Ich bin mega an für ihn hier. Ich bin mega an für ihn hier. Der leg dich nicht mit mir an. Haha. Das sieht so völlig aus. Ja, okay, okay, calm down. Ich glaube, ich komme gar nicht drum herum. Ich muss den, glaube ich... Ich muss den nicht wegkauen. Ich muss hier runter. So. Genau, dann kommen wir hier hoch. Nice Reaction-Time, ja. Oh, man. Oh. Keine Ahnung. Der legt euch mit dem Verkehrten an. Weiß ich. Verheckt. Ah. Ja, come on. Oh. Ah ja, das ist ja hier am Magnetweg. So, irgendwie mäßig, ne? Der fliegt aber quer durch die Hütte. Da kann ich die Munition vielleicht abgreifen hier aber. Nee, irgendwie nicht. Jetzt hat die ganze Wand erst hingeflogen. Das ist auch irgendwie strange hier. Musste erst mal zurecht kommen hier. Da ganz unten, ne? Müsste ich ganz zurück. Na komm, wir sammeln das mal hin. Munitionsknappheit ist nämlich immer irgendwie total blöd. Weil hier liegt auch noch was. Ich kann aber tatsächlich noch mehr gebrauchen. Also her mit dem Zeug. Voll kriegen wir die Muni nicht, aber gut. Ne, schneller laufen. Du. Leck dich schlafen, Hütchen. Was immer du sein sollst. Was? Lecker! Das war wirklich doch. So. Diese Action. Ja. Ja. Ääääää. Ja. Ah. Jetzt kommen wir auf diesen... ...dieses Bällchen da, ne? Und er ist plötzlich... Oh mein Gott, er ist ein Giant. Holy shit. Ja komm doch rein hier. Kommst du sicher halt auch, ne? Ah, da. Und noch einen. Ja. Der legt euch mit dem verkehrten an. Oh. Ich muss jetzt... ...die andere Seite laufen. Oh. 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 hab ich mir gedacht das ist nämlich nicht gut jetzt sind wir hier und so weiter und so fort alles voll strange ja den auch doch dadurch junge jetzt kommt der feld von weg ja ja was zur hölle Ja, wie? Ja, okay. Naja, wir sind auf dem Weg. Auch du hast dich mit dem Verkehrten angelegt. Gut, er zieht sich noch mal ganz schön zerrissen jetzt, oh man. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, uns wieder als Prey.